Mittag im September Es hält der blaue Tag für eine Stunde auf der Höhe rast. Sein Licht hält jedes Ding, umfasst, wie man's in Träumen sehen mag, dass schattenlos die Welt in Blau und Gold bewegt, in lauter Duft und reifem Frieden liegt. Wenn auf dies Bild ein Schatten fällt, kaum hast du's gedacht, so ist die goldene Stunde aus ihrem leichten Traum erwacht. Und bleicher wird, indes sie stiller lacht, und kühler wird die Sonne in der Runde.